Hey meine Lieben, ein kurzer, kleiner Mini-Impuls für euch aus den Karten. Und wir schauen, was ist das Erste? Ist der Baum, ja? Es geht um Beständigkeit, um eure Gesundheit, um Halt, den ihr wieder bekommt. Vielleicht habt ihr auch die Mitte verloren. Ist diese Karte genau die Karte, die ihr braucht, um wieder in Balance zu kommen. Und die Lilien, uh, sind dabei. Also hier ist es natürlich sexuell spannend, Anziehungskraft dabei, aber auch Heilung. Also Baum und Lilien zusammen sind immer, immer, immer Heilung. Und darum geht es jetzt eben auch, gewisse Dinge wieder zu heilen. Und wir ziehen noch eine dritte Karte raus. Oh, nee, komm ich für dich. So, und das wird die gewünschte Veränderung bringen, die Störche oder der Storch. Genau das bringt deine gewünschte Veränderung jetzt in dein Leben.